Ja, hi Leute, kurzes Video, gar kein Review oder sowas. Ja, was geht bei euch so? Geht's euch gut? Ich war im Fitnessstudio heute den ganzen Tag, gerade heimgekommen. Boah, schon 9 Uhr, ich raue jetzt noch gediegenen Kopf. Ich habe, ja, einfacher Citroen Minster, Fantasia Black Martini und Fumari Mimosa, ja, oder mehr oder weniger gemischt. Das sind die letzten Reste. Ich versuche gerade mein, ja, mein Netbook von Asus EPC Bios abzudaten. Das ist nicht so leicht, wie ich gedacht habe, irgendwie. Ich habe das Ganze nicht mehr platt gemacht, kam nämlich Windows 7. Dummerweise ist das Netbook ein bisschen zu langsam für Windows 7. Das habe ich jetzt XP drauf gemacht. via USB-Stick, habt ihr schon mal Windows XP von USB-Stick installiert. Na, total simpel. Nur das Bios-Update, das will irgendwie nicht schlucken. Ja, was geht denn Wochenende immer so? Bei euch am Samstag. Feiertes, Phil Geburtstag, Phil Puls aus dem Forum. Ihr kennt ihn eventuell von ein paar Videos. Hat auch mal ein bisschen Videos gemacht, Reviews. Fahre ich vorbei, auf jeden Fall machen wir mal ein bisschen Party. Und, ja, was geht noch so? Meine iPhone-Hülle ist heute gekommen. Auch von SwitchEasy. Ganz geil, würde ich euch demnächst auch mal vorstellen. In weiß. Mein weißes iPhone ist jetzt mit einer weißen Hülle bedeckt. Am Anfang dachte ich, oh, es ist voll klobig. Aber es ist optimal. Ja, das ist cool. Das ist echt nicht schlecht. So. Ja, was gibt es noch als zum iPhone? Eigentlich nichts. Ein paar Spiele rein. Ich muss nochmal ein Video machen. Studio Apps und so weiter. Mal schauen, wann ich das durchziehe. Ja, schmeckt übrigens total geil. Irgendwie, ich weiß nicht. Man kann nichts rausschmecken. Es schmeckt alles lustig. Ja, viel Arbeit wegen dem Portal, ne. Neben, ähm, meinem alltäglichen, meiner alltäglichen Arbeit. Immer hinten dran noch ein bisschen Portal. Am Portal arbeiten, an der Plattform. Forum, Regeln erstellen, lauter solche Faxen. Ähm, bisschen stressig, aber geht schon irgendwie. Mal schauen, wann wir dann die Tage online gehen. Beta-Tester kommt noch und so weiter. Will ich gar nicht zu viel verraten. Habt außerdem noch ein paar Sorten, die ich hier noch testen muss. Beziehungsweise, das heißt testen, euch vorstellen von Shisha King. Frozen Orange liegt hier rum. Noch so ein paar andere. Das mache ich jetzt mal ein Netbook. Ja, liebe Grüße an Eleven-Elf. Der kommt am Samstag auch zu Feld. Ein bisschen Party. Skype. Wer schreibt mir in Skype? Liebe Grüße an Hermann. Hermann schreibt mir gerade in Skype. Ach ja. Mein Gott, Jungs, ich bin fertig mit der Welt, ey. Ich muss mir jetzt noch drei Mal runterladen für mein Netbook. Ich glaube, das mache ich erst morgen. Ich bin übrigens vorhin noch eine geile Idee gekommen für meinen neuen Blog. Das ist eine geniale Idee. Verrate ich euch aber noch nicht. Es gibt ja diese Videos, die Reviews, die so heiß beliebt sind. Und ich habe mir so etwas Kleines noch überlegt, wie man noch mit den Videos hantieren kann. Liebe Grüße an Kai. Gang Gang Keks schreibt mir jetzt gerade. Ja, Kai. Ich habe mich nicht mehr gesehen, ich vermisse mich ein bisschen. Das ist Bremen, ne? Schade, ich habe viele Leute, wo ich mir sage, zum Beispiel die Jungs aus Shisha4U, Find and Master, wohnen beide in Berlin, beziehungsweise Hamburg, Hamburg wohnen die. Da kommt man einfach nicht hin. Das ist viel zu weit. Schade eigentlich, aber der wollte demnächst mal wieder runterkommen. Da drehen wir auch noch ein paar schöne Videos natürlich. Ja, Nayef, Iznayef, muss mir auch mal endlich mal wieder zurückschreiben. Der Wixler, der soll nämlich Samstag auch mal mitgehen zu filmen. Lieben Grüß an Jakob, PC Surf. Schreibe ich auch gerade. Mark natürlich, liebe Grüße an ich Mark, der leider nicht Samstag kommen kann. Sehr schade, aber eventuell sehen wir uns dann in Münster. Ja, wenn ich das nächste Mal in Münster bin, bei uns im Lager, dann sage ich mal Bescheid, dann können wir ein kleines Treffen machen. Können wir auf jeden Fall mal durchziehen. Ein Ring-Tutorial, ihr müsst einfach üben. Man kann das nicht beschreiben, wie man das macht. Ich mache einfach den Mund auf und puste Rauch raus. Dann kommen die Ringe. Das ist eigentlich nicht schwer. Das ist eigentlich nur Übungssache. So, wer schreibt mir denn jetzt schon wieder das Geil? Pascal, liebe Grüße an dich. Pascal. Ich antworte dir jetzt nicht, weil ich gerade keine Lust habe. Verzeih mir. Ja, und ich gehe jetzt auch mal hier machen ein bisschen Action. Das war's. Haut rein. Wir sehen uns die Tage. Videos, bla, kommt alles demnächst. Wir müssen uns jetzt erstmal auf die Plattform konzentrieren. Deswegen müsst ihr jetzt erstmal meine Videos ein bisschen fasten oder solche Off-Topic-Videos ertragen. Macht's gut. Haut rein. Schönen Abend noch. Schöne Woche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann ist schon wieder Wochenende. Wunderbar. Haut rein. Tschö. Tschö.